Musik Ja, herzlich willkommen zu unserem siebten Waldkunstflohmarkt. Wir machen schon seit vielen Jahren diesen wunderschönen Waldkunstflohmarkt hier im Internationalen Waldkunstzentrum. Wir haben dieses Jahr ganz viele wunderschöne Dinge für Sie gesammelt und gespendet bekommen. In sieben Zelten gibt es gerade Bücher, Dekoartikel, Haushaltswaren, Schmuck, Taschen, Möbel, Kinderspielsachen und in dem Zelt, wo wir uns gerade befinden, auch die schönsten Schätze. Das ist meine Schatzkiste und hier gibt es wunderschönes Porzellan und edlen Schmuck und Silber und verschiedene schöne Dinge. Das ist meine Schatzkiste. Ich habe mein Song. Musik Musik Musik